warum ich weiß ich weiß doch gleich wie so ein ding bezieht wenn ich da bin letztlich einfach die sleepbox ein zu gemein aber du hast jetzt gesehen wie man das spiel macht ich dachte du hast dazugelernt nicht wirklich weißt du doch warum muss ich das ist nicht deren er dieser kleine nuckel fisch der lippen hat wie botox greift mich an mich freistich ist auch so ein botox also nicht da kriegst du noch einen zweiten ja arsch voll willkommen euer im arsch gehabt Die Futtert gebrannt Der Kopf auch Nein Ach Aber irgendwie muss ja doch sein, dass da die Blöcke drauf sind eigentlich, oder? Mama Ausgetrickt Ich dachte echt, du sollst es ab Am Arsch hier Kamille Hab ich Polizei Hab ich, hab ich, hab ich Polizei Hab ich, hab ich Ein Leben noch Ja, weil ich eh gleich sterben werde Ja, ja stimmt Aber ja, es stimmt, war ja was Ja, aber jetzt falle ich schiebt er gleich Ahaha ist alles zu rechts alle nach links schieben weißt du dann kommen sie wieder einfach springen doch nicht keine ahnung ja ich kriege ein geschenk jetzt glaube ich nicht so wirklich dann weißt du dass der stammt aber war das trotzdem vom hammer getroffen was er für augen macht da war hier jemand der junge muss mal rüberkommen jetzt liebe ich den einen den appen dann kann man ihn einfach so besiegen keine kacke ah scho kacke im dampen aha hab ich dir auch gemacht glaube ich bin sogar die kacke dampf ah ich spring auch noch direkt in den arm rein yeah 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 mama okay war ja nur noch ein neues Stück Maja, der ist's. A-K-K-F. Aha. Tschüss. Tschüss. Jau, ich bin nicht so schnell gelaufen. du hast gesagt tschüsspilz, du Pilz-Gropp. Ich hab tschüsspilz gesagt, aber nicht tschüss-luigi. Na klar, ich hab Luigi verstanden. Ah, die Fresse. Einfach renn. So wie ich ihn. Vielleicht lässt er sich voll erwischen. Nach mal. Also, ich soll ihn nachmachen? Okay. Schau. Hast du dir gesagt, ich soll ihn nachmachen? Nein. Ach so. Also, wenn ich jetzt die Aufnahme zurückschwimmen würde, würde ich genau hören... Ja, du machst das genauso wie ich. Ich hab wohl gesagt nachmachen. So, ich soll das jetzt nachmachen. Habe ich getan, was ist jetzt das Problem gewesen? Ich meine eben oben in die Röhre rein. Ach so. Ihr hättest doch sagen können, dass ich das nachgemacht habe. Dann hätte ich auch durchspielen können. Egal. Alter, Lüge. Dann wären wir vielleicht schon beim Schloss gewesen. Ja, ja. Diese Lüge noch. Der ist so blöd. Was machst du da? Du bist so behindert. okay jetzt soll ich dir nicht nachmachen ein spaß diga und jetzt habe ich dir nicht nachgemacht doch man kann man nämlich noch mal doch ich wollte wirklich keine ahnung ich weiß gar nicht was bringt dass eigentlich das auf jeden fall nicht ja ja ach so das bringt das positionswechsel jetzt musst du von da unten hoch habe ich nicht gesehen ich hatte meine auch ich hatte gepinzelt ja ja weiß das schlimme ist wenn ich sterbe ich wieder ärgern schade und kann man so die leben die noch mal machen natürlich jetzt bringt er nicht der arsch oder wie die fresse alles deine schuld das hat nur sechs ich hab gesagt wir ich habe zwei schon wieder gemacht ja ist mir noch egal trotzdem wir zudem nicht ich dachte er springt nicht ich glaube ja ich glaube die normalen also nicht speichern wir müssen wir da wieder landen wo wir vorwand weiß ich doch nicht ob du stehst ein kleines stück weiter weg und der macht das teil nicht kaputt und ich springe natürlich wieder in diese schickritte rein das hilft auch nicht ja richtig die ganze zeit blieb nicht nach oben warum nicht warum nicht warum nicht warum ist jetzt gestorben ein panzer hast du doch gesehen warum keine ahnung vielleicht weil der panzer nicht nach oben geflogen ist mich nach oben werfen wollte eigentlich ja genau jetzt muss ich auch wieder level 1 und 2 machen mal was nein wie kommst du da drauf ok ausnahmsweise meint das für dich alter fliegenschiss das war auch zukele ja ich komm dann einfach trotzdem mal da durch jetzt bei dir aber nicht mehr wenn du bestimmt punkt stellst du machst du bist so behindert was war das weiß auch nicht ne cool wir sind supergut ja wir sind supergut wir sind sogut hauptsache wir nachmachen und ich bin oberschlecht hauptsache wir nachmachen auf den block springen ja genau mach mir noch nach halt die fresse he he arschl hey sicher mach mir auch noch nach was da hab ich dir nicht nachgemacht was aber abschützen nein sicher nein liegt ja drunter her ja nur ein kleines wichtig kleines stück immer weiter weg sein dann geht das nicht oder wie da will bestimmt jemand fliegen nein doch zu lügen aber auch dass die schildkröte nicht kommen kommt doch gar nicht da oben ist was was ist das also ein schwimmbecken seht ich sehs aha ja gehen wir jetzt was da rein oder übers Wasser erstmal äh versteh hier gar nix wie du dann einfach weiter kennst du das überhaupt hier ne einfach weiter kann doch was gutes werden mhm sagt er im bastelfeld wahrscheinlich guck mal spuckt das vier aus was ist das wieder auf was bringt das guck einfach dreh doch einfach ne du kannst dich doch drehen oder nicht nein ich kann mich nicht zwei leben bringt das mein leben ist eh schon weg weil leben bringt das jo und da kommst du an super ja war mir aber schon klar na fast fast abgestürzt meinst du da bungs Ich habe ein paar Echo von mir gehört. Ja, weil du behindert, weil du wieder so schreist. Nein. Ich hoffe zu lügen, ich schrei nicht. Nein. Ich schrei aber nicht. Nein, nein. Nein. Warum muss ich das Level jetzt machen? Warum? Weil ich das andere eben gemacht habe? Ach so, vorher habe ich beide gemacht. Dann musste ich auch beide machen. Klar. Warum kommt die denn? Ich glaube, da dreht gerade jemand durch. Ach, dieses Spiel. Das macht euch fertig. Ach was. Davon gibt es noch fünf weitere Felden. Ja. Aber sei mir mal so froh, dass das das letzte ist. Was? Wow, ein Pils. Den du wieder verlierst. Den du wieder verlierst. Den du wieder verlierst. Jetzt, weißt du? Jaaa. Du kannst grad weiterlaufen. Weißt du? Jaaaaa, genau. Ach, fick dich. Nein, das ist ein böses Wort, was du grad nichts gesagt hast. Quass. Welches denn? Das F-Wort. Häh? Hä? Gute Nacht. Hä? Welches ist der Spot? Freundlich. Fick dich! Nachbarer. Fick dich! Fick dich! Ja, das ist meine Taktik gemacht. So spiele ich immer. Ich weiß, ich merke das ja. Das ist die, ich schreie immer rum und brülle wie eine Behindertaktik. Ja, das glaube ich dir. So macht man das, okay? So geht das hier im Ghetto. Mario in the Hood, mein Freund. Mario ist in the Hood. In the Pilz Hood. Ja. Meins. Wow, er kriegt ein Blatt. Du böter Affe. Ja. Hä? Warum kriegst du die immer? Du klaust mir die immer von der Nase weg. Hä? Warum lügst du? Flieg, 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 flieg! Flieg, flieg, flieg! Flieg, 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 flieg! Flieg, 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 flieg! Flieg, 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 flieg! Kann man hier weiter? Sade. Egal, du bist schon. Jetzt musst du eigentlich alle drei... Mach alle drei kaputt. Versuch, alle drei kaputt zu machen. Ja, genau. Die anderen muss jetzt auch irgendwie kaputt werden. Den hier. Ja, die kommt jetzt wieder. Der gleich wieder zurück. Nimm sie einfach mit, nimm sie mit. Tschüss. Fuck. Ja, ich dachte, die kommt wieder. Ja, weil die nicht gestorben ist, ne? Genau, das ist es. Warum springe ich zum Frühjahr ab? Kannst du mir das sagen? Hahahaha. Warum? Warum Strunz machen? Wollte nicht. Warum machen Strunz? Warum springen du nicht? Wollte ich doch. Was ist das denn zweimal? Der kommt aber nicht geworfen. Jupp, der Hammer war weg mit einmal. Nein, ich hätte springen können! Ja! Hä? Weißt du nicht? Das hat doch vorher auch mal geklappt. Ja, ja. Hast du Lust, Plätze zu tauschen wieder? Nein, verpiss dich. Oh nein! Oh! Jetzt kriegt er den auch noch. Jetzt kriegt er ein Wölkchen! Oh, nutze es bitte nicht hier. Nutze es bitte nicht hier. Spacklacks auf Schloss E. Oh! Oh! Warum machst du das jetzt? Genau! Meins! Arschloch! Nein! Das ist meins! Nein! Du bist doch tot, ey! Ah! Ah! Tschüss! Das war Spende wieder! Das wird tauschen wollen! Continue and save! Quid and save! Guck mal, wir haben zwei Stunden! Bo-bom! 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 Ey, jetzt wenn das Level schärft ist, dann machen wir weiter. Dann machen wir Gnadenlos durch! Wir ziehen es bis zum Strunz durch! Ja! Ist klar! Wann sind wir fertig? In 400 Stunden oder was? Ist jetzt egal! Ja! Das ist ja egal! Scheiße ich doch drauf! Haha! Nein! Warum? Immer dieses kleine Spiel zu weit läuft! Wollen wir beenden hier? Nein! Noch nicht? Weil ich noch nicht Game Over war! Weil ich noch nicht Game Over war! Ist klar! Haha! Das brauchen wir beim Game Over ja nicht! Haha! Ja! Haha! Dann haben wir eine Frisse! Warum machen Strunz? Warum? Hallo! Hallo! Ne Leute! Was? 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 Ich weiß doch nicht! Mann! Mann! Komm! Mann! Wacker Wacker! Wacker Wacker! Wacker Wacker! und da springe ich wieder runter grüß dich das ding auch noch so gerade so hoch gesprungen aber sicher aber sicher 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 tschüss irgendwie war das klar ok Quid So dumm Warum safe und quit? Darum Hättest du auch quit machen müssen eigentlich Nein, ich möchte gern noch safen Wieso? Darum Na gut Leute, damit würden wir sagen Bis zum nächsten Mal bei Super Mario Bros 3 Mit den Flash Mit Zettos Schafelmindo Zettos Tschüss Lauf